Moin Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei MW2 World2Nuke und wir sind hier wieder am Start und...ja... Boah... Hä? Ja klar man, komm Alter... Kennt ihr das? Eure Hand schwitzt immer so doll. Wenn eure Hand immer so doll schwitzen tut dann verliert ihr mal automatisch. Ey Alter... Alter... ... 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 Ey, das kann nicht sein, weil er nicht renntut wieder, Mann. Ja, das kann nicht sein, weil er nicht renntut wieder, Mann. Ach du Scheiße, Dinger, oh mein Gott, habt ihr das gesehen, die Granate ist vor mir vorbeigeflogen. Leute, ich mache einen kurzen Schnitt, ich bin gleich wieder da, bis gleich. So Leute, herzlich willkommen wieder zurück. Wir spielen jetzt auf Herrschaft und bin ja da. Oh, Scary Yard, das heißt, Scrapy Yard oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall eine geile Map. War nicht meine Lieblingsmap, aber eine geile Map. Und wir nehmen die UMP. Mit Schalldämpfer. Ja, ey, ich hasse es, man läuft immer gegen Wände, immer in Call of Duty. Was ist es, wenn wir hier noch mal vor, weil wir wirst, wenn wir hier auch nicht sind. Noch ein Name. Was ist jetzt hier, dass ich meine Lieblingsmap Bitte, wurde einigen. War nicht deine Lieblings CRMHz. War nicht einfach. War nicht bewegt. War nicht diese Familie. War nicht genutzt. Hey, das gibt's nicht schon wieder. Das ist schon wieder. Alter, Leute, was ist denn hier los, Mann, ey? Massenvernichtung. Oh mein Gott, Digga. Nein! Lass mal beschissen, Statut, ever. Ich gucke ihn noch an so und er so, ja, schieße ich ihn mal in den Kopf. Woher wusste er? Ne, Mann, was geht hier ab, Mann? Das ist, glaube ich, eine der Runden, die wirklich top sind. Nicht mit den Kills, aber wegen der Lobby. Oder? Wie seht ihr das? Ja, geil, Alter. Ich würd... Was, ihr sagt, ich soll auch die Sniper nennen? Was, ihr sagt, ich soll die Sniper nennen? Was, ihr sagt, ich soll die Sniper nennen? Was, ihr sagt, ich soll die Sniper nennen? Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Road to Nuke. Ich mag das jetzt mal so ein paar Minuten immer runtersetzen, weil so lange aufnehmen ist auch nicht immer gut. Deshalb sehen wir uns im nächsten Part. Heute kommen drei Folgen nur raus. Das heißt, drei Videos kommen heute noch raus von MP2. Das heißt, eins wird 25, eins wird eine halbe Stunde gehen. Und eins wird so zehn Minuten wieder sein. Bis dann. Haut rein. Tschüss.